Okay Exzellent werden wir noch sehen Oh, no. Nice, geht er durch. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Jungs, ey. Okay. Geht doch. Okay. Okay. Chat schläft. Chat spielt. Oder macht irgendwas nebenbei. Er hat heute nichts gemacht. An den Forstenjad, er geht rein. Ich verstehe die Problematik. Verstehst du? Natürlich, der Iron versteht es. Oh. Und ich flieg falsch, Mann. Warum fährst du mich denn an? Ja, Salty. Ein wenig, glaube ich. Oh, schlechte Abwehr. Ja. Wow. Ich dachte, er nimmt ihn an. Das war Glück, der mich da so rein stößt. Oh. Oh. Direkt auf. Spielbanner selben. Komm, wir brauchen noch ein paar liegen. Okay. Okay. I'm going to be thinking. Okay. Sagen, ich habe gedacht, ich spiele mir trotzdem ein bisschen Rocket League. Lief gestern so gut mit dem Leveln, würde ich sagen. Egal, du weißt, was ich meine. Was hast du gemacht, Passi? Gibt es was Neues bei dir? Wow, hat er den Boost gekriegt. Weißt du, was hast du gemacht, Passi? Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verletzen kann. Boah, kriegt der den. Der hätte ins Auge gehen können. Mein Gott, Junge. All right. All right. Du hast mit Rocket League aufgehört, okay, gab es einen Grund. Und ich habe heute, ja, ich war heute lange unterwegs, einkaufen und einige Sachen vorbereiten. Ich habe heute ein neues Spiel angespielt im Stream, das musste ich vorher noch einstellen. Ich habe ein paar Videos geschnitten. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was ich am Tag gemacht habe. Ausgeschlafen. Deswegen war die Zeit heute so knapp. No. Oh, Mann. Da muss auch mal einer hin. Ich habe den Boost nicht mitgenommen. Struggling habe ich gespielt. Muss ich dir mal angucken. Ganz komisches Spiel. Aber hat Spaß gemacht. Bis ich dann selber gestruggelt habe. Boah, Aufregung. Boah. Der war mit 100% nicht so geplant. Boah. Ey, Jungs, das kann nicht euer Ernst sein. Der wäre eher dran gewesen, ne? Oh, schlecht. Ähm, du kennst doch noch dieses Spiel, ich habe vergessen wie das heißt, mit dem Typen in der Tonne, der sich mit dem Hammerfort bewegt, ne? So ein ähnliches Spiel ist das auch passiv. Du bist so einer komischen Mutation, nur als Kopf und das hat zwei Arme und damit bewegst du dich dann. Heißt, den linken Arm spielst du mit Tastatur, den rechten Arm mit der Maus. Und dann musst du halt ein bisschen Geschick beweisen, durch die Levels manövrieren und war schon witzig. Ist halt herrlich durcheinander, das Game. Nein. Guck dir einfach mal an. Kostet 12, 13 Euro glaube ich jetzt bei Steam. Struggling mit Doppel-G. Okay. Wow. Ach shit. Falsch gelandet. Jungs ey. Der Flug war gut, aber der hätte auch treffen müssen, ne? Schade. Nach. Ja, backchnapp. Das Spiel ist eine reine Problematik. Okay. Ja, also es ist schon echt witzig. Also, ich glaube, hätte ich es jetzt noch mindestens eine Stunde länger gespielt, hätte ich, glaube ich, aus Frust ausgemacht. Egal, ich habe drei Boasts kassiert. Wir führen ja. Wow. Wow.